Die Antwort lag die ganze Zeit in greifbarer Nähe. Mach endlich die Augen auf. Ich habe einfach mal dick. Hast du gefunden, was du suchtest? Ja, und leider noch viel mehr. Connor, bist du dir steig? Sicher, was Mittel und Wege der Bruderschaft anliegt? Ich vertraue meinen Händen. Natürlich. Gute Reise. Das ist die Ankunft, die du nicht brauchst. Dann bist du auf dem rechten Weg. Ich habe mir nicht gedacht. Was gibt es denn in der Sonne? Ich kann mal forschen, was es ist. Ist der Dings? Was ist denn der komische Typ? Für mich war es, weil du drei Leute im Kopf gehabt hast. Als ich sage, die Frau, der Nigger ohne Füße. Das war's. 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 Das war's.